hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. So jetzt baue ich erstmal die die ganzen leitungen hier ab die wir schon beliefert haben der war es nicht nicht müssen der jetzt hergekommen hat er okay dann von da noch oder was da jetzt nichts drauf die haben wir ja fertig so dann gehen die hier rein wo sind sie noch 50 stück auf dem band oder tatsache da waren nur 50 stück auf dem band zum pech oder naja was heißt ihr pech so geschenke geschenke ist hier irgendwo was gelandet ich brauche geschenke auch ganz dringend geschenke wir bauen ja immer noch kugelbündel die werden hier hergestellt so ja genau und hier sind drin 100 200 300 400 500 500 kugelbündel wie viele brauchen wir denn hier wir brauchen sechs kugelbündel für also drei kugelbündel für zwei dekorationen drei kugelbündel für zwei dekorationen was war das jetzt 500 500 geteilt durch 366 nicht auch nicht abschalten die sonne wir haben jetzt 150 dann brauchen wir noch 350 350 350 350 350 350 naja 3 mal 300 müssten hier dann 600 haben wo kommt denn das ganze gestrubt da wieder her so muss hier das nadel über die goldenen haben wir hier silberne drin oh ja 200 stück wir brauchen hier eine kugel ein kugelbündel reichen dann 200 und das sind ja auch noch 200 und 400 das sind ja dann schon 400 400 ja reicht oder da kommt dann ein kugelbündel raus 600 bräuchten wir 500 haben wir hier 600 ja genau ich stelle jetzt hier die produktion aus von den blauen kugeln so die produktion mache ich mal aus also wenn noch irgendwo blaue kugeln hergestellt ja hier okay war ich auch aus weil silberne haben wir jetzt echt genug das bedeutet dass man kann weg und ja eigentlich kann das doch das hier kann auch weg ne das kann auch weg genau so und dann verlege ich das vielleicht da nach unten ne zu den da hin da hin so förderspannend spannt also bitte da reingehen so funktioniert das jetzt schon wieder nicht so kriege ich den da nicht zwischen naja egal weg hier dahin und von da ja komm schon komm schon ja ja so dann sollte das so ein bisschen schneller gehen gell man ist ja schon der macht 15 pro minute wir brauchen ich glaube auch wir brauchen 15 werden wir gleich sehen jetzt laufen die hier rein wie die warmen semmeln ok 15 pro minute ok der braucht aber 22 die minute wir produzieren aber nur 15 nämlich bringt ja jetzt auch nix aber hier irgendwo was drin ja hier so ist eigentlich unnötig können wir rausnehmen stecke ich das lieber unten zu diesen zweigen kommen jetzt hier mehr raus was hoffe ich doch 22,5 die minute müssten wir raus bekommen sind es 20 ja gut bleibt natürlich abzuwarten wie das mit den geschenken jetzt abgeben die genug sind wenn die denn weniger die bleiben konstant das ist schon mal sehr gut so 22 die minute sieht irgendwie nicht danach aus als ob das hier mehr wird oder komisch es müsste doch mehr werden was weiß ich denn so was ist das für ein band das war von den kugeln ne von dem blauen kugel ich lass es mal noch da er weiß doch schon ob was noch mal brauchen so hier sind jetzt noch 200 drin da waren 200 drin goldene kann ich nicht beschleunigen glaube ich das mit den goldenen was geht genau auf oder habe ich schon beschleunigt ui das habe ich ja schon beschleunigt ja es kommt nicht genug rote nach ne bedeutet ist hier ein stillstand zwischendrin ja minimal ne minimal ist hier ein stillstand ja aber kupfer bachen und geschenke geschenke den hirn ja ist voll ne ist auch voll das heißt lass mich dadurch hier so der wäre schneller der würde 7,5 die minute machen wenn genug kugeln ankommen ja 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 aber ich habe nichts mehr zum übertakten hier oben irgendwas übertaktet nee also das das geht auch ohne übertakten kugel kommt rein wird gemacht kugel kommt rein wird gemacht so das sollte jetzt schneller gehen haben sie hier was näher ist damit sich nichts und dann beobachten wir das mal das dauert immer noch zu lange er braucht fünf dekoration die minute was machst du frei die minute nicht gut das ist gar nicht gut kann ich denn das beschleunigen der macht nur drei die minute kann ich gar nichts beschleunigen hier kommen nur 20 raus oder oder ja übertakten ich habe aber keine schnecken mehr sind keine schnecken mehr da ja wie sieht es aus ah ja da fehlen auch nur noch ein paar damit die forschung da weiter geht so wie schaut es aus schleifen brauchen wir nicht schweifen rotoren ohne ende hier noch schneebälle was auch immer die gut sind hier habe ich noch lackierpistolen drin ok so viele brauche ich ja im leben nicht so was ist das also munition munition brauchen wir ja hier diese dinge die brauchen wir glaube ich um die die rahmen zu bauen oder wie war das wo sehe ich das denn hier so ne ne hier nicht da ja intelligente beschichtung ja das sollte dann auch bald fertig sein was ein nobelisk bus damit kann ich sprengen aber was könnte ich denn damit sprengen tja was könnte ich damit sprengen kein plan ach junge mach einfach schneller hier ein bisschen silberne kugeln ja gut die werden einfach nicht weniger das läuft sagte ich hier so die zweige kommen immer noch zu langsam an das ist echt aber wohl da kommen ja zwei raus oder der verbraucht fünf alle drei minuten kommen dort zwei raus und der verbraucht fünf die minute das gehe ja so nicht hin das gehe ich ja gar nicht hin so viele zweige können wir gar nicht produzieren weil wir haben gar nicht genug geschenke ne ne das wird nichts das wird nichts schwierig schwierig bin ich froh wenn das weihnachtsding hier weg ist dann baue ich hier nämlich alles um komplett so was macht er denn eigentlich modulare rahmen richtig modulare rahmen die gehen dann darin und daraus wird ein mehrzweck geröst stahlträger stahlträger haben wir nun wirklich genug haben wir die irgendwo zwischen gespeichert die stahlträger das wäre mal ganz nett zu wissen oder laufen die hier einfach so rum oh die laufen hier ne ne die werden hier zwischen gespeichert sehr gut was das macht stahlrohre ja darf er ruhig und hier stahlträger ja gut das funktioniert doch aber alles so wo werden jetzt eisenplatten gemacht hier verstärkte eisenplatten wo ist das nadelöhr bei den schrauben obwohl da kommen doch immer schrauben an aber wahrscheinlich nicht genug nö nicht genug so oder weil ich könnte ich hier mal kurzer hand ein bisschen zerlegen dann kommen hier mehr schrauben raus ne auf jeden fall so wenn wir hier mehr schrauben raus kommen werden hier mehr platten gemacht ne genau so 60 pro minute wir produzieren aber gar keine 60 hm was ist denn hier was macht er hier eigentlich die tieren hier werden stangen gemacht und die stangen werden nicht zu schrauben produziert gemacht ne oder doch die stangen werden zu schrauben gemacht und die stangen hier nicht ne ne was ist denn das ist das ein splitter oder was ist das also wo spielst du wo sehe ich das förderband splitter ok ne den kann man weg machen den brauche ich nicht könnte man vielleicht und was ist das ein förderband splitter das ist gut komme ich hier durch komm bitte lass mich hier durch lass mich bitte hier durch so dann würde ich nämlich hier erst mal nein das weg machen das weg machen das weg machen und hier werden er schrauben produziert ne die teilweise auch da reingehen ne warte 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 jetzt bin ich glaube ich nur ich durcheinander hier werden schrauben produziert ok ok ja hier werden schrauben produziert ok aber das ding geht nicht schneller ne es bringt alles nicht das bringt es nicht ich bräuchte einen zweiten fabrikator für schrauben ne aber wo brauche ich denn hin gehen da noch stangen raus ja dann gehen stangen raus und gehen die hin dahin dahin nee das war das schließen wir schnell nochmal an das ergibt so gar keinen sinn so aber ich könnte das ist ein splitter ne so ich könnte ein fusionator kriegt denn dann den dahin ja schon ne kann man den dahin baue und baue jetzt keine ahnung das band hier ab oder ich mache hier ein splitter hin wort förderband splitter so bitte hier hin mach dich doch einfach mal dahin was soll denn das was das ist doch so nicht richtig ohne und du dann geht das hierin natürlich nicht so und von hier nach hat er da so ne das funktioniert dort kommen hier die schrauben die noch hier drin sind kommt dann auch auf das band so könnte das nämlich ein bisschen schneller gehen mit den verstärkten eisenplatten und dann kriegen wir die diese rahmen schneller fertig oder ja das lag nämlich glaube ich an den schrauben 60 pro minute das band kann 60 pro minute muss ich noch ein bisschen warten bis es ein bisschen näher gekommen ist und dann sollte das doch funktionieren wir waren da hinten drin 500 oder so ne ja viel schrauben war da nicht drin aber so wunderbar funktioniert ist immer voll ist nicht immer voll sollte aber jetzt immer voll sein so dass hier immer 60 schrauben drin sind wenn der fertig ist mit konstruieren sollte normalerweise gehen ach der braucht ja nur 12 ok gut 60 in der minute ja passt jetzt passt jetzt jetzt kommt hier hinten kommen die eisenblatten raus verstärkten genau gehen dann hier vorbei gehen hier hoch gehen hier runter kommen hier zusammen mit den rotoren und werden zu intelligenter beschichtung noch 120 stück dann können wir den strang auch wieder abbauen perfekt 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 naja perfekt sieht anders aus aber es ist eigentlich ja es ist ganz schön so so wo ist meine weihnachtsbeleuchtung kann ich hier hoch kann ich hier hoch kann ich hier hoch kann ich hier hoch da ist meine weihnachtsbeleuchtung ok gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen bis morgen und tschüss tschüss